Ich nehme an, haben Sie eigentlich die nominierten Filme gesehen? Äh nein, wir haben uns ja ganz auf die Kompetenz der Jury verlassen. Ja wunderbar, dann haben wir jetzt die Gelegenheit uns die Trailer abzuschauen. Ladies and Gentlemen, now we have a look at the three trailers of the nominated movies. Okay. 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 Mein Mann hat heute gesagt, dass sie einen Lund in einer der Kresse... Oh, mein Gott. Ja, das ist wahrscheinlich benign. Das ist das die Doktor. Aber still, ihr Mons hat eine Tumor in ihr Kresse. Sie werden dann gehen. und sie es entfernen. Ja. Natürlich hat er gesagt, nein, 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 nicht zu uns, aber ich habe gesagt, dass es so gut ist, dann geht es. Ja. Sie haben die Grenze von demkkken, dann ob blue Croisy. Ja, ja. Und han von da filos覽 mir zum B lower German hab своих Undo wenn indigenous hat, so kann ich ver세, An heter ph reserves Am mines. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß ich nicht. 哥, ich weiß nicht, ich weiß nicht! Das ist alles, was ich das? Wir sprechen. Wir sprechen Französisch! Wir sind hier, wir sind rausgearbeitet. Wir sind hier, wir sind hier und dann überkertainty. Wir sind nichtcribed, wir sind's. Wir sind наша Rebecca! Wir sind unsere Rebecca! Wir sind unsere Rebecca! Wir sind die, wir sind die esquerre. Anordnen Sie, Sie sind nur in der figurischen Würzigerstunde. Sie haben auch das YouTuber in colder Reifenden, das ist doch ein paar feuchte Schüsse. Ahem. Wir brauchen ein bisschen die Wasserflüge. ...drei Filme auszuwählen, weil die Filme insgesamt so gut sind. Die drei Filme, die wir dann nominiert haben, sind Mami Te Amo von Elisabeth, ein wirklich großer Film, Aloueste Pluto von Miriam Berreau und Henri Bernanet, die ebenfalls ganz toll sind, und Everything Strange in New von Frasier Brodschild. Alle drei Filme hätten diesen Preis absolut verdient und noch viele andere Preise, und die werden sie auch kriegen, haben sie schon zum Teil bekommen. Wir mussten aber leider einen auswählen, dass das Problem gibt. Also die 17 wäre super gewesen, ging nicht. Was ist, wenn das, was du lebst, nur das ist, was du brauchst, und nicht das, was du willst? Und wenn du gleichzeitig einsiehst, dass das, was du willst, nicht gut ist für dich, aus einem der Firmen? Das ist die Freihandshalle. Der Gewinner hat uns durch seine faszinierende Struktur und seinen Stil überzeugt, durch die Art, wie die Geschichte durch eine Kamera erzählt wurde, die niemals verweilt, während sie den Schauspielern und Schauspielerinnen bei den Bewegungen durch eine reiche Szenerie zuschaut. Tassen, Blumen, Sofas, Straßen, Dächer, Häuser, sie alle sind Geschichtenerzähler in diesem Film, der den Zuschauer mit den Details durch die Erzählung befestigt. Muss ich mal umblittern? Der Hofus hat es praktisch gemacht. Und wo Worte versiegen, verfehlen die Gesten ihrer Wirkung nie, oft auf eine sehr humorvolle Weise. Es ist eine menschliche Geschichte von Mittelmäßigkeit, von Verzweiflung, Herausforderung und dem Wunsch nach Veränderung, die sich in diesem Film entwickelt. Eine Annäherung an minimalistisches Erzählen, eine poetische Reflexion über die Voraussetzungen von Menschen, die existiert. Was ich gewählt habe, ist nicht das, was ich will. Und niemand hat mich gezwungen, es zu wählen. Das ist das Problem. Das ist das Problem der Töpfe, Tassen, Tischen, Telefonen, Decken, Wände, Autobahnen, an irgendeinem Punkt auch Kinder, Männer, Frauen, gewählte und ungewollte Objekte. Und sie lehnen es ab, uns zu lieben. Das ist, was wir gesagt haben, was der Grund ist, für das Gewinnen. Jetzt müsste ich eigentlich sagen, wer gewonnen hat, aber jetzt lasse ich erstmal so nochmal nochmal sagen, was wir so uns gedacht haben, und so nochmal sagen, wer gewonnen hat. Good Evening. I will say all that in English. We saw selecting first and second features, personal and strong movies, and we had a lot of trouble picking the three best films of this lead selection. A few nominees are I Love Your Mom by Elisa Eliasch, Everything Stranger New by Fraser Blaschow, and West of Bluetooth by Miriam Vero and Henry Bernadette. All these three films deserve this award and many more that we had to choose one.